Nächster Halt Dortmund Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit 12.05 Uhr. Ausstieg rechts. Wir begrüßen Sie im RE6 nach Köln-Bonn-Flughafen. Nächster Halt Bochum Hauptbahnhof. Nächster Halt Wattenschein. Planmäßige Ankunftszeit 12.23 Uhr. Ausstieg links. Nächster Halt Essen Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit 12.30 Uhr. Ausstieg links. Wir begrüßen Sie im RE6 nach Köln-Bonn-Flughafen. Nächster Halt Mühlheim Hauptbahnhof. Nächster Halt Mühlheim Hauptbahnhof.